Ihr schaut Endeville TV mit dem Sony VAIO M-Netbook Außeneinsatz. Dieses Gerät hat ein matten 10,1 Zoll Display und wir sind hier gerade auf minimalster Helligkeit im Schatten in meinem Garten. Wenn wir jetzt das gleiche in der Sonne betrachten, werden wir sofort erkennen. Man kann recht viel vom Display lesen, aber nicht wenn man vorne direkt drauf schaut, denn obwohl es matt ist, ist die Sonne doch so stark, dass sie spiegelt. Und man kann es von der Seite her auf minimaler Helligkeit erkennen. Jetzt werde ich das kurz hier auf Maximum ändern. Und mit maximaler Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung auf dem LED-Display. Ich kann eigentlich alles wunderbar lesen. Ich kann weder den Hintergrund noch mich im Bild erkennen, obwohl die Sonne jetzt direkt drauf scheint. Und ja, es ist wirklich ein sehr schönes Bild beim Sony VAIO M. Für 350 Euro sollte es dies aber auch haben. Für Endeville TV, ich war Balasch Gal mit dem Sony VAIO M-Netbook Außeneinsatz. Auf Endeville.com findet ihr den Test. Weitere Bilder dazu und zu anderen mobilen Geräten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.